Guten Morgen, einen wundervollen Start in deinen Tag und einen grandiosen Start in dein Wochenende. Es ist schon wieder Samstag. Richtig, richtig schön, dass du heute hier bist und mit mir zusammen in unser gemeinsames Wochenende rein startest. Richtig schön. Und um ganz entspannt rein zu starten, nehmen wir uns einfach wieder einen kurzen Moment Zeit, einen Augenblick, einen tiefen Atemzug, den wir beide zusammen nehmen. Leg deine Hände gerne auf die Knie ab, schließ deine Augen, wenn du magst und setz dich aufrecht hin und atme mit mir zusammen tief durch die Nase ein. Halt die Luft kurz an und durch die Nase aus, lass alles locker, die Schultern locker und weil es so schön ist, gönnen wir uns noch einen tiefen Atemzug. Und durch die Nase aus, öffne deine Augen gerne, komm hier an und schenk mir deine komplette Aufmerksamkeit. Danke, dass du hier bist. Heutiger Adventsgedanke ist das Akzeptieren. Denn sobald du beginnst, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie jetzt gerade sind, kannst du sie wirklich nachhaltig verändern. Denn du änderst die Dinge aus einer ganz anderen Energie heraus. Dieser Shift, der hier stattfindet, dieser Schalter, der sich umlegt, ist folgender. Du handelst nämlich jetzt nicht mehr aus der Angst heraus, irgendwas verändern zu müssen, weil du es jetzt gerade so nicht akzeptieren kannst, sondern du handelst aus der Fülle heraus, aus der Freude heraus. Du akzeptierst die Situation, wie sie jetzt gerade ist und handelst aus dieser Energie heraus. Denn handelst du aus Angst, erschaffst du immer neue Angst. Handelst du stattdessen aus der Fülle, aus Liebe, aus der puren Freude heraus, erschaffst du immer nur noch mehr von dieser positiven Energie, die dich dann wieder umgibt, die du spürst und die du dann auch an andere weitergeben kannst. Was da nämlich passiert, du brauchst die Veränderung nicht mehr, um glücklich zu sein, sondern du bist glücklich und handelst deshalb. Und aus dieser Energie heraus zu handeln, ist ein kompletter Game Changer. Probier es sehr gerne mal aus, das funktioniert wirklich und das ist das Geile daran. Deswegen lass mich sehr gerne mal wissen, wie das für dich funktioniert. Nimm diesen Impuls heute mit in deinen Tag, genieß deinen Tag und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff, Outside. Ich feiere dich, geil, dass du hier bist. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Adventsgedanken, dein Niklas. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018